Ciao zusammen und willkommen zu einem weiteren Black Desert Online Anfänger Guide. Wir stehen jetzt hier in den anderen Guides, falls ihr die nicht gesehen habt, Charaktererstellung, Shop, Pay2Win, Fragezeichen etc. habe ich diverse schon erklärt und dann habt ihr den Charakter erstellt und steht jetzt wie ich hier im Startgebiet und dann erwartet euch sowas. Kann, mag einige erstmal ein bisschen erschlagen, denke ich, oh Gott, was ist jetzt das alles? So viele Icons, so viele Sachen da überall und das schauen wir so ein bisschen, ja nicht tiefgründig an, aber so ein bisschen erkläre ich euch grob, um was das hier geht, also dass ihr nicht denkt, boah, komme ich nie klar. Habe ich auch gedacht, geht einfach plötzlich von alleine. Gut, alle hier starten jetzt in diesem Bereich, also es spielt keine Rolle, welche Klasse ihr spielt, es ist immer hier der Start von eurer Geschichte mit eurem Charakter. Wir fangen oben links an, also das ist grundsätzlich nichts Neues, Stufe 1, das ist das Level, das wir haben, unten seht ihr, wie viel ihr bereits von diesem Level erarbeitet habt, nebendran ist der Lebensbalken unten. Die Stärke kann auch das Mana sein, je nachdem, was ihr für ein Charakter spielt. Ich denke, das ist selbsterklärend für alle die, die schon mal ein MMORPG gespielt haben, ist das nichts Neues. Wir haben hier Talentpunkte. Talentpunkte, das sind die Punkte, die ihr im Skillbaum verteilt könnt, sprich also eure Fähigkeiten dann aufwerten könnt. Die werden hier angezeigt, auch wie viele, dass ihr zum Beispiel noch benötigt, also wie viel können durch diverse Sachen eigentlich erhalten werden, zum Beispiel töten, also gründen gehen oder eben durch Quests. Das hier ist die Energie. Energieanzeige, die werdet zu Beginn nicht so viel haben, also ich habe jetzt hier 259, ist eigentlich auch nicht so viel, kriegt ihr aber auch durch verschiedene Sachen, die ihr macht. Die braucht ihr, wenn ihr zum Beispiel sammelt. Wenn ihr jetzt ein Blümchen sammelt, verbraucht es euch eine Energie. Die regeneriert sich aber wieder. Also alle drei Minuten wird wieder ein Energiepunkt hergestellt. Ihr werdet im Verlauf, wenn ihr dann questet und so, werdet ihr natürlich mehr bekommen und ihr werdet dann merken, zu Beginn, wenn ihr nicht gleich voll auf den Lifeskill geht, dass das wird reichen erst mal. Ihr werdet auch zum Teil Energie benötigen, um einige Quests abschliessen zu können. Das heisst für Wissen. Wir benötigen Wissen in dem Spiel von NPCs. Das heisst eigentlich Freundschaft, versteht man vielleicht besser. Hier wird das Wissen genannt, wo das dann vielleicht heisst, ihr braucht jetzt zehn Energie, um dieses Wissen von demjenigen zu bekommen. Kommt aber ziemlich später und ist grundsätzlich auch nicht gross ein Problem. Ein ganz wichtiger Punkt sind hier die Beitragspunkte. Beitragspunkte kriegt ihr auch durchs Questen und die werden die sind dann sehr wichtig. Gerade so im Verlauf von gegen Ende vielleicht auch der Hauptstory, wenn ihr die spielt, für Arbeiter zum Einstellen, Postenverwaltungen. Das führt jetzt aber so ein bisschen zu weit. Also jetzt, wir wollen das wirklich als die, die jetzt einfach neu einsteigen. Hier haben wir eigentlich die verschiedenen Buffs, kann man so sagen. Das Vorteilspaket, das habe ich in meinem einen Guide schon erklärt, um was es geht. Falls es jemand nicht gesehen hat, schaut euch bitte den Guide an. Pay to win oder pay to play. Da erkläre ich auch ganz genau dieses Vorteilspaket. Das wird jetzt einfach hier angezeigt, weil ich das gekauft habe. Restzeit ganz unten, seht ihr 45 Tage. Charakteranpassung, auch das habe ich erklärt. Das hängt dann auch so ein bisschen mit diesem Vorteilspaket noch zusammen, so wie auch Mervs Palette, wo ihr Kleider einfärben könnt. Geheimes Buch des Altmondes ist auch ein zusätzlicher Buff, den kann man gegen Echtgeld kaufen. Ich kriege den aber auch oft sonst durch Spielen, Belohnungen etc. Auch das habe ich in dem Guide erklärt. Vorteile von Posteninvestitionen. Hier wieder ein Buff, EP Buff Event aktiv. Es ist ein Event im Moment. Arbeiter-EP 50%, wie das Segeln, Arbeit-EP-Warentausch 50%. Das ist eigentlich so, ja, das Buff-Zeug da oben. Das hat euch im Moment gar nicht so gross zu interessieren. Eine Renninfo haben wir Posten, Installationsgebietanzeigen, hier Voice-Chat, Status, Video- und Leitung Black Desert. Und jetzt kommen wir zur Lupe. Die Lupe ist ein Instrument, gerade auch für Anfänge, und ich brauche die auch heute noch mega viel. Ihr werdet die lieben. Ihr werdet sie lieben. Also ich liebe die Lupe. Wo ich das herausgefunden habe, ich habe die von Anfang an geliebt. Klicke ich drauf, geht hier ein Fenster auf. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, gerade zu Beginn, also ich habe zum Beispiel eine Orientierung wie eine, weiss nicht was, überhaupt keine, besser gesagt, ein gelöschtes Navi. Und ich war so oft dran, Mann, wo finde ich mein Lager? Wo ist der Stall? Wo muss ich hier hin? Und dann kommt ihr immer wieder voran in neue Städte, neue Ortschaften. Dann steht vielleicht an euren Pferden, die müssen einen Stall suchen. Und genau sowas könnt ihr hier rüber machen. Das sind eigentlich die wichtigsten Funktionen oder die wichtigsten Anlaufstellen im Spiel aufgeführt. Angenommen, mein Pferd ist tot oder ich will mein Pferd holen, dann klicke ich hier einfach auf Stall. Und jetzt seht ihr rechts oben auf der Minimap wird mir schon der Weg angezeigt. Und immer zum nahegelegensten Stall, beziehungsweise Gilde oder Transport oder Materialhändler, wo auch immer. Also es ist immer der Nächste von euch. Wird euch gleich auf der Karte dann hier markiert. Seht ihr also, das wäre jetzt hier dann bis zum Stall, wäre das markiert. Also die Lupe soll euer bester Freund sein in diesem Spiel. Okay, weiter. Minimap, selbsterklärend. Ihr könnt das zoomen, ihr könnt es raushauen, wie ihr wollt. Plus, Minus, wie auch immer. Hier wird die Quests angezeigt. Da zum Beispiel jetzt hier oben die Hauptstory-Quests. Unten sind Nebenquests. Gehen wir hier rüber und fangen wieder an von hier oben. Ne, wir gehen hier oben weiter. Ich hasse das von rechts nach links. Also, oben links sind wir wieder. Unter unserer Level-Anzeige sehen wir hier Wohnsitz. Also ich habe schon bereits eine Wohnung, es hat ein Housing-System. Dazu gehen wir jetzt auch nicht darauf ein. Das wird später für euch ein Thema sein, wo ich dann gerne auch mal separat noch einen Guide mache. Das ist eigentlich, diese Tools hier ist für euch dann so eine Übersicht. Das könnt ihr ja spielen bei einem, der ganz neu startet. Da wird einiges noch nicht da sein, zum Beispiel hier Arbeiterliste. Ihr könnt tatsächlich Arbeiter einstellen, die für euch zum Beispiel Steine abbauen gehen oder Holz sammeln gehen. Und wenn ich dann darauf klicke, geht diese Liste auf, wo mir anzeigt, wo die gerade unterwegs sind, was die machen etc. Lassen wir. Das gibt ganzen eigenen Guide mal noch über das Ganze, aber damit ihr seht, was hier angezeigt wird. Und bei euch wird das ja noch nicht da sein. Dann haben wir Begleiterliste. Das sind Begleiter, also Pets, die ihr sehr früh, auch wenn ihr anfängt, werdet ihr wahrscheinlich, ich denke den kleinen Hund hier, den da, werdet ihr dann bekommen durch eine Quest. Und der sammelt für euch den Loot auf. Die ersten ein, zwei Quests, drei, vier Quests, werdet ihr den Loot selbst aufsammeln müssen. Aber dann habt ihr das Pet, das ihr mitlaufen lassen könnt. Und der wird euch dann den Loot aufsammeln. Bis zu vier könnt ihr gleichzeitig mitnehmen. Ich habe jetzt gerade im Moment gar keine draussen. Und das bekommt ihr also echt sehr, sehr früh. Die sind nicht mal gefüttert. Ja, die müsst ihr dann auch füttern. Jetzt kann ich die da raus. Die haben auch spezielle Buffs und spezielle Fähigkeiten, aber da möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Das führt dann auch zu weit, dass ihr seht das hier. Und die laufen dann hier mit mir mit. Und würden dann gegebenenfalls meinen Loot aufsammeln. Ich habe eine Magd und einen Butler. Die kann ich rufen. Das sind ganz lustige Leute, die mir zum Beispiel, seht ihr, erscheint hier, der Typ da. Er würde mir jetzt zum Beispiel aus meinem Lager im nächstgelegenen Dorf, immer im nächstgelegenen, könnte ich jetzt sagen, ich brauche irgendwie ein Pilz oder ich brauche ein Getränk oder einen Heiltrank, würde der mir das jetzt bringen. Also sprich, dann könnte ich es bei mir ins Inventar legen. Bei der Markt ist es so, dass ich die Markt hier auf den Marktplatz schicken kann. Marktplatz funktioniert wie das Auktionshaus. Und da kann ich von überall her, wenn ich die Markt dann erspielt habe, kann ich überall her auf dieses Auktionshaus, ich denke, diesen Ausdruck kennt ihr eh aus Zentralmarkt, zugreifen und was kaufen. Ansonsten müsst ihr halt da hinlaufen und es dort direkt kaufen. Das ist dieses Zeichen. Werdet ihr aber zu Anfang auch noch nicht haben. Dann habe ich hier das Zeltlagerwerkzeug. Ich kann campieren. Dazu habe ich mal kurz was erwähnt, auch in den Guide von Pay2Win oder Pay2Play. Könnt ihr gerne anschauen. Also ich könnte es hier in Zelt aufstellen, wo ich diverse Aktionen ausführen könnte, später auch upgraden. Ich könnte reparieren, ich habe ein kleines Lager etc. Führt auch zu weit. Die Fee lassen wir auch erstmals in Ruhe, weil das würde auch noch mal ein bisschen gerade den Rahmen sprengen. Aber dass ihr wisst, was hier bei mir angezeigt ist und wieso ihr das vielleicht nicht habt oder noch nicht habt. Hier unten, ganz klar, da habe ich nicht viel drin. Das Spiel ist wirklich mit, wie soll ich sagen, also ihr drückt die Tasten. Also es ist dann nicht so das typische Kampfsystem, wie man es vielleicht kennt von Final Fantasy und World of Warcraft. Drücke das, der 1, 2, 3, 4, 5. Ja, schöne Reihenacht. Nein, ihr habt wirklich Kombosysteme und ihr habt da nicht eine fixe Maus. Also wenn ich mich da bewege, die Maus ist jetzt weg, wie ihr sehen könnt. Ich muss hier wirklich mit der Tastenkombination hier die Maus holen. Dann steht hier auch sie wieder still. Das geht natürlich im Kampf nicht. Könnte das logischerweise schon hier auf die 1, 2, 3 legen und tastenmässig drücken. Aber ihr werdet schnell merken, dass das wahrscheinlich nicht so das Wahre ist in diesem Spiel. Gut, dann haben wir hier unten Tresor des Schwarzgeistes. Der Schwarzgeist wird euch eigentlich ein Leben lang in Black Desert ein bisschen begleiten. Der wird euch durch die gesamte Hauptstory ziehen und der gibt uns auch immer und immer wieder so ein bisschen Belohnungen. Das ist der Schwarzgeistbelohnung, was ich alles noch nicht abgeholt habe. Sollte ich vielleicht mal. Er schenkt euch sogar auch Geld, sprich Silber im Spiel, wo ihr regelmässig abholen könnt. Ich habe es heute jetzt schon geholt. Je nachdem wie viele Chars ihr habt, wie weit ihr seid, wird das eine ziemlich grössere Summe sein. Soviel dazu. Dann haben wir hier dunkler Riss. Das sind so kleinere, grössere Bosse, die ihr machen könnt. Auch da würde ich später, das ist einfach, dass ich es mal gesagt habe, die ihr abarbeiten könnt regelmässig und die droppen dann je nachdem auch manchmal gar nicht mal was so schlechtes. Der Schwarzgeist könnten wir rufen. Wie gesagt, den lernen wir gleich dann kennen in der nächsten Folge. Herausforderungen, einige Belohnungen wurden noch nicht abgeholt. Das könnt ihr hier holen und ihr könnt das auch über die Taste Z, dieses Fenster öffnen. Das sind Belohnungen, zum Beispiel, dass ihr, wie jetzt hier, drei Stunden Spielzeit, besondere Belohnung für das Wochenende. Ich hole es nicht ab, weil ich hole die meistens nur, wenn ich es wirklich gerade brauche oder will. Das ist nicht mein Main-Char, deswegen ist bei mir mega viel drin. Ich weiss, ich sollte das mal alles aufräumen. Da gibt es sehr, sehr gute Sachen und das ist auch das, was ich in dem einen Guide zum Pay-to-Win oder Pay-to-Play gesagt habe, dass ihr vieles, was ihr zwar gegen Echtgeld im Shop kaufen könnt, eigentlich hier auch bekommt. Also das seht ihr hier zum Beispiel Kampf-EP-Boost, dass ihr 100% mehr XP bekommt für 60 Minuten etc. Also das kriegt ihr hin, hinterhergeschmissen. Könnte ich jetzt hier abholen für sie etc. Und ihr werdet dann auch mit der Zeit merken, wann sich zum Beispiel solche Buffs, solche Schriftrollen lohnen einzusetzen. Also es wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich es wahrscheinlich hier einsetzen, weil bis Stufe 2030 geht das so schnell oder auch erst später dann, wenn es dann wirklich mühsam wird, würde ich so Schriftrollen einsetzen. Wir haben dann hier auch noch so ein Ruhmkampf-EP von 80%. Das können wir einsetzen. Ich glaube, das geht dann auch nur bis Stufe 56. Ausschliesslich für die Charaktere der Stufe 15 bis 59. Okay. Das wäre dann das. Wir haben ein Post-Dingens, wo ab und zu auch mal irgendwie was kommt. Hier zum Beispiel alles auch noch nicht abgeholt. Dann haben wir die Quest-Leiste. Das sehen wir ja bei mir auch rechts eingeblendet. Wir haben einen Marktplatzbeobachter, der uns hier unten anzeigen kann, wenn wir zum Beispiel was verkauft haben oder was irgendwie in die Warteschleife gelegt haben. Auch das führt im Moment zu weit. Perlenladen kennen wir. Wenn ich da draufklicke, das wäre eben das Video, was ich vorhin angesprochen habe, Pay2Win. Könnt ihr euch auch gerne mal umsehen. Und dann natürlich das Optionsmenü, Grafikeinstellungen, bla 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 etc. Da müsst ihr halt so ein bisschen selbst schauen, was für euch passt. Lohnt sich aber definitiv, die Einstellung gut anzupassen. Da müsst ihr vielleicht auch zwei, dreimal dahinter, bis es dann für euch stimmt. Ja, soweit eigentlich das Grobe zum Interface. Es ist nicht ein Hexenwerk. Einfach immer gut lesen, wenn ihr was nicht versteht. Es wird ja hier alles, wenn ich mit der Maus raufgehe, angezeigt, was es bedeutet. So wie hier auch die Beitragspunkte. Also einfach kurz mit der Maus ran und lesen ist das eigentlich sehr verständlich. Und eben zu Beginn, das braucht ihr noch nicht. Also erst mal wirklich mit dem ersten Charakter empfehle ich euch, die Hauptstory zu spielen. Ja, soweit zum Interface erklärt. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen aufschlussreich das rüberbringen und hoffe natürlich dem einen oder anderen auch geholfen zu haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr gerne kommentiert, ein Däumchen nach oben da lasst, damit ich weiss, dass es euch gefallen hat. Natürlich ein Abo, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.